Na, Mikro, willst du gehen? Willkommen bei TheLongDark. Ich bin voll genährt. Hier kommt man nicht drauf. Ist hier irgendwas? Ich kann ja mal gucken. Okay. Nö, hier ist erstmal nüchst. Ich gehe lieber nicht runter, sonst bricht das sich noch die Beine. Ja, rüstet mal nicht alle rum. Wir haben schon alle Corona. So. Und draußen. Mal gucken. Was mich jetzt draußen erwartet. Ich habe... Wie waren eigentlich meine Missionsziele? Habe ich überhaupt welche? Werde ich gleich mal schauen. Ich habe da jetzt gar nicht mehr danach geschaut, um ehrlich zu sein. So. Erstmal muss ich starten hier. Irgendwann mal. Komm. Ladebildschirm. Hopp, hopp. Ja, ich bin immer noch hier. Aber ich kann mir ja noch die anderen Gebäude anschauen. Wir haben ja ein kleines Dorf entdeckt. Bin mal gespannt. Was mich hier so erwartet. So. Erstmal alles auseinander nehmen wieder. Einen Dosenöffner haben wir. Trinken ist immer gut. Und bitte noch eine Dose Cola. Dann auch nicht. Dann eben eine Dose tiefgefrorene Cola. Fleisch. Die braucht jetzt was zu futtern. So. Dann nehmen wir hier mal das Haus auseinander. Ich weiß, da liegt ein Dosenöffner. Den brauchen wir aber gerade nicht. Hier ist ein Tisch. Da ist ein Ofen. Gucken wir mal nach hier. Die hat es jetzt noch nicht. Doppelt. Eins, zwei. Nö. 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 Also lohnt es sich auch gar nicht mal zu wechseln hier. Hier, die Toilette. Alles nehmen. Ich brauche jeden Schluck. Obwohl, das andere wäre sauberer. Aber gut. Wenn es dir schmeckt. Hm. Ich kann da Stoffe gebrauchen eigentlich. Und überladen bin ich ja noch nicht. Ich schaue nach den Absturzopfern im Zentrum. Habe ich doch gemacht. Da sind auch noch welche übrig. Da ist ein Buch. Nö. Brauche ich jetzt nicht. Ah. Hier ist noch das Schlafzimmer. Und der vordere Wohnbereich. Mit einem kleinen Bad hier. Gut. Okay. Also muss ich hier nochmal rüber. Und mal gucken, ob ich nicht irgendjemanden übersehen habe. Obwohl hier noch wunderbare Häuser sind, die ich durchsuchen kann. Mich erstaunt ist, dass auf den Autos die Räder noch vollgepumpt sind. Weil normalerweise nach anderthalb Jahren nicht fahren. Obwohl, die sind ja seit kurzem nicht mehr belegt. Nein. 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 Nö. Hier ist keiner mehr. Okay. Ne, ich brauche bloß Ruhe. Ah, hier habe ich noch einen übersehen. Leiden behandeln. Gut, ich spreche mit Pater, Diensterbumster. Hi. Ja. Die Dieden von der Injurystilie. Sie waren tot. Wir legen sie unter dem Stil zu halten. Und auch, also, da sind die Wolken. Ja. Ich sehe sie. Ich denke, ich kann finden die meisten von den Arten. Aber es ist eine Diabete in dem. Sie werden bald 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 wiederholfen. Sie wissen, wo ich mich finden? Das ist bad news. No, ich nicht. Das Survivor hat Type 1 Diabetes, der Körper kann nicht produzieren. Wenn sie nicht verstehen, dann wird sie in der Schock und wahrscheinlich sterben. Dann müssen wir einen finden. Und bald, wenn die Blizzards zu werden, dann wird es nicht so schwer. Ich muss sie mit den Schocken, die sie zu werden. Aber Sie können, Sie können und schauen, für die Medizin, die sie brauchen. Sie können. Any suggestions, die Sie haben, wird sehr leicht. Die meisten von den Schocken werden, aber Sie vielleicht finden, die kleine Schocken, die Sie brauchen, um die Schocken zu behandeln. Die Diabetiker, kamen aus dem Schocken. A day, maybe 2 Tage, so Ihre beste Chance zu finden, der Insolent wird wahrscheinlich zu finden, der Luggage auf der Schocken. Wie will ich wissen, welchen Luggage ist der? Die Schocken Sie müssen, alles, 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 und hoffen, die besten. Okay, ich werde auf jeden Fall, ich werde wieder, als schnell ich kann. Danke, für Ihre Hilfe. Eine weitere Sache. Ja, viele von den Schocken sind in Schocken. Von der Schocken, das ist wahr. Aber ich habe diese Sache vorher. Die Menschen brauchen die Hoffnung, die sie nicht Und wenn sie keine Hoffnung haben, sie brauchen eine Verkaufung. Die Menschen hier, viele von ihnen werden nicht verletzt, sie sind verletzt, sie sind verletzt, sie sind sie sind verletzt, die sie sind sie sind nicht in schrecklich. Aber es ist ein von der von schrecklich, zu Die Menschen, die von den Schleppern, die von den Glauben, die von den Glauben, die von ihnen haben. Ja, es ist well-known. Wenn sie eine Information verletzt, die von den Glauben, die von den Glauben, die von den Glauben? Und dann vielleicht haben wir eine Chance für morgen. Ich werde was ich kann. I need IDs, Documents, anything you can help identify people who don't need it. In turn, take this, my child. Oh, um, I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, you will be. Um, I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest to some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will happen? Perhaps in the end, faith is all we have. But we'll see you in the next episode. See you soon. Bye.